Hallo und herzlich willkommen zum NewScreen, dem Magazin von Studierenden aus Baden-Württemberg. Unsere Erde beherbergt ganze 8,7 Millionen verschiedene Lebensformen, von denen gerade einmal 20 Prozent bis heute entdeckt wurden. Das zeigt uns, dass es in unserer Welt noch eine Menge Geheimnisse zu liften gilt. Doch der Klimawandel spielt gegen dieses Vorhaben. Was also tun? Unsere folgenden Beiträge geben Aufschluss. Faszination Meeresbiologie. Forschung auf dem Grund unserer Ozeane. Exkursion zu den Azoren. Begegnung mit Land und Lebewesen. Und Vertical Farming. Landwirtschaft im Hochformat. Rund 70 Prozent unseres blauen Planeten sind vom Wasser bedeckt. Das meiste davon machen die Ozeane aus, die in ihren endlosen Weiten einen riesigen Lebensraum für vielfältige Lebewesen bieten. Friederike Klimm von UNITV Freiburg war für ihre Masterarbeit in Meeresbiologie in den USA. Sie begleitete eine Gruppe von Studenten bei einem Tauchgang in einem U-Boot. Bewaffnet mit GoPro und Kamera drehte sie einen Film darüber. Die Salish Sea vor der Westküste Nordamerikas. In dem Binnenmeer am Rande des Pazifiks leben zahlreiche Organismen, viele davon tief unten auf dem Meeresboden. Der Inhalt eines Schleppnetzes gibt einen Eindruck davon, wie das Leben in den scheinbar unerreichbaren Tiefen aussieht. Studierende und Wissenschaftlerinnen der Friday Harbor Laboratories wollen das vielfältige Leben in den Gewässern untersuchen. Damit die Tiere sobald wie möglich zurück ins Wasser können, sortieren sie schnell ihren Fang. Scientific Drawing is a way that we're able to bring the marine system up to us. We have a lot of students that develop their own experiments here at Friday Harbor Labs. This is a really great place for people to learn marine biology, to start having a hands-on experience with those organisms and asking questions about how they're surviving, what they eat, how they respond to different pressures. Nice package! Kommerzielle Schleppnetz-Fischerei ist hier im San Juan Channel verboten. Aber für Forschung und Lehre ist sie eine wichtige Methode. Die Wissenschaftlerinnen sind daher die einzigen, die mit sogenannten Scherbrettnetzen fischen dürfen. We have a long net and two wooden boards on either side of it and they help to keep the net open and then there's a line on the top of the net with a bunch of floats and a line on the bottom with weights that help sink, so it helps keep the net open. 70 bis 100 Meter tief unter dem Boot wird das Netz über den Grund des Ozeans gezogen. Nach wenigen Minuten ist es soweit. Das Schleppnetz wird wieder eingeholt. Wissenschaftliche Schleppnetz-Fischerei wird vor allem in der sogenannten bentischen Ökologie verwendet. Dieses Forschungsgebiet beschäftigt sich mit der Organismengesellschaft am Boden von Gewässern. Seit rund 30 Jahren läuft das Forschungsschiff Centennial einige Male im Jahr zur Schleppnetz-Fischerei aus. So bleibt eine Menge Habitat ungestört zurück, wenn die Wissenschaftlerinnen in ihr Labor zurückkehren. Es ist aber bekannt, dass Schleppnetz-Fischerei das Leben auf dem Grund beeinflusst. Sie hinterlässt Furchen und beschädigt Organismen. Verglichen mit großen kommerziellen Fischzügen sind die Fangfahrten des Labors kurz und selten und ihre Netze klein. Trotzdem bleiben die Wissenschaftlerinnen wachsam. Sie wollen herausfinden, welchen Effekt ihre Fischerei auf das Habitat hat, das im Fokus ihrer Forschung steht. Dafür braucht das Forschungsteam aber spezielles Gerät. Das U-Boot bietet Platz für vier Personen und Pilot Stockton Rush. Was ich wollte, war es finden, was etwas mit Multiple Uses, dass wir beide Touristen und Wissenschaftler und Filme und Medien und haben andere Leute, die wollen es nutzen. Die besten Dive sind auf neue Plätze. Ja. 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 So maybe we start in J8 and then drift to K9. Die Start-und-Lande-Plattform wird heruntergelassen und Cyclops One ist bereit für den Tauchgang. Das Team sinkt in Richtung Grund. Um sie herum fällt Meeresschnee. Das sind Reste von toten Pflanzen und Tieren, Ausscheidungen und andere organische Materialien. Sie sinken aus höheren Wasserschichten auf den Grund. Dort angekommen liefern sie Futter für viele andere Lebewesen. Fasziniert beobachten die Wissenschaftlerinnen die Fische in ihrer natürlichen Umgebung. Eine Seeratte finden sie nur selten im Schleppnetz. Und im Labor treffen sie die Fische oft eher im Glas, eingeschnappst. Moderne Techniken wie ein CT-Scan erlauben dafür einen atemberaubenden Blick ins Innere der Fische. Prof. Adam Summers hat sich zum Ziel gesetzt, alle Strahlenflosser-Fischarten der Welt zu scannen. Rund 4000 sind schon erfasst. Die gesammelten Datensätze sind für alle online verfügbar, sodass Wissenschaftlerinnen weltweit sie nutzen können. Die Vorbereitung, das Scan und die Datenanalyse der Fischproben sind allerdings mühsam. Forscherin Carly Cohen packt eine Probe für einen Scan. Ihr persönliches Interesse gilt einem ganz bestimmten Teil der Fische, ihren Zähnen. Fest verpackt ist der Fisch-Burrito bereit für den CT-Scanner. Hier wird der Fisch in vielen Schichten geröntgt. Aus denen entsteht später ein 3D-Modell. Darüber, wie viele Zähne sie in solch einem Scan entdeckt, freut sich Carly Cohen. So he has his oral jaws here, and they have teeth. He's got palatine jaws, so he's got teeth on his palate right here. And then he has pharyngeal jaws with teeth. The Sculpin has teeth on their oral jaws, they have teeth on their vomer, and they also have pharyngeal jaws. So there's six different sets of teeth, and one oral pharyngeal cavity, and it makes me so ridiculously happy. And then he has shrimp in his belly, because he ate a shrimp, and then he got eaten by a Lincoln. Ihre Kollegin Kayla Hall teilt ihre Faszination für Fische. Sie betrachtet ihre Skelette unter einem anderen Aspekt. Dieser CT-Scan zeigt das Skelett des Stechrochens. Ein anderer Weg, ins Innere der Fische zu schauen, ist eine chemische Methode. Hier wird das Fleisch der Fische geklärt, bis es transparent ist. Dann werden Knochen und Knorpel gefärbt, sodass das Skelett im realen Fisch sichtbar wird. Das erlaubt Kayla Hall, die Anatomie der Rochenflossen zu analysieren. So kann sie immer mehr darüber herausfinden, wie die Anatomie mit der Biomechanik ihrer Schwimmweise zusammenhängt. Ein Tauchgang im U-Boot gehört allerdings nicht zu den Routineaufgaben der Fischbiologin. Es war etwas, was ich noch nie vergessen in meinem Leben. Wir waren immer so tief, und dann wollten wir weitergehen und weitergehen und weitergehen. Das Team hält noch Spuren des Stechrochens. Schleppnitzes Ausschau. Sie navigieren über den Grund des San Juan Channels und versuchen die Wege zu kreuzen, welche für jüngste Fangfahrten dokumentiert sind. Ständig identifizieren sie Fische und andere Marinearten. Jede Beobachtung wird genau dokumentiert. Notizen und Videos helfen später, die Organismengesellschaft auf dem Meeresboden detailliert zu analysieren. Den Forscher Jules Chabin faszinieren Rochen besonders. Jules Chabin analysiert unter anderem CT-Scans der Stacheln. Er will mögliche diagnostische Eigenschaften für verschiedene Stechrochenarten finden. Die Scans haben einen weiteren Vorteil. Die Wissenschaftlerinnen können die Strukturen aus den Fischen in 3D drucken. Die Form kann so ganz einfach repliziert und im Maßstab verändert werden. So kann man zum Beispiel herausfinden, wie gut die Stacheln eines Rochens eigentlich stechen. Wie geht es? To answer the question, how shape influence function? I built a projecting tool. Like it's basically a gun with a spring in it. And so I print those barbs. And with a spring that I compressed, I shoot that in a ballistic gel. Two. One. And see how the bulbs puncture the gel and how deep it puncture, to see if there is difference on shape. Nach ihren eigenen Experimenten treffen sich die Forscherinnen, um ihre U-Boot-Mission zu besprechen. Entgegen ihrer Erwartungen haben sie keine Schleppnetzspuren gefunden. Das sind gute Neuigkeiten, selbst wenn damit nicht bewiesen werden kann, dass ihre Schleppnetzfischerei den Meeresboden überhaupt nicht beeinflusst. Die Wissenschaftlerinnen entscheiden, also auch in Zukunft vorsichtig zu bleiben. Das ist definitiv etwas, das wir limitieren wollen. Wir wollen nicht einfach, ohne irgendwelchen Grund zu lösen. Aber ich denke, um die Studenten zu bekommen, um diese Hands-on-Experience mit den Tiere, die dort leben, um sie zu lösen, Tiere zu lösen, ihre Erfahrungen zu lösen, und sie als Wissenschaftler zu entwickeln. Das kann sehr gut sein. Ich denke, hier ein paar Mal im Jahr ist vielleicht okay. Es gibt uns auch eine sehr gute Möglichkeit, die Studenten jetzt das Video aus dem Sub, das wir kollektiv haben. Wir haben viele fantastische Organe gesehen, während wir da waren. Wir sahen viele ähnliche Fälle, die wir in den Trollen gesehen haben, aber auch viele andere, die man nicht sieht, wenn man den Trollnet zieht. Nach einigen Stunden in bis zu 120 Metern Tiefe taucht das Team wieder auf. Wohlbehalten zurück an der Oberfläche ist das Team sich einig. Es war ein fantastischer Tauchgang für Wissenschaft und Lehre, aber auch eine Chance, ihre Faszination für das Leben im Ozean zu teilen. Die Inselgruppe der Azoren liegen im Atlantik, westlich vor der portugiesischen Küste. Sie bieten durch ihre landschaftliche Beschaffenheit sowie den tropischen Klima das Zuhause für seltene Tierarten. Die wunderschöne Kulisse, von denen gerade einmal 5% besiedelt sind, bieten außerdem das optimale Reiseziel für Naturliebhaber, die das Zusammenspiel zwischen Biotop und Lebewesen hautnah miterleben möchten. Wie die künftigen Biologielehrer von der PH Heidelberg ihre Exkursionen erlebt haben, zeigt uns ein Beitrag von Campus TV Mannheim. Schon eine der ersten Exkursionen mit Tauchgang brachte ein unvergessliches Erlebnis. Schwimmen mit den Haien. Wir hatten die Chance, mit Haien zu schnorcheln. Das fand ich extrem spannend. Einfach, dass man da einfach mal in einem völlig ungebohnten Umgebung Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum kennenlernen konnte. Also der Hai war schon das Highlight. Auch wenn der weiße Hai als Anschauungsmaterial im Seminar der Biologen durchaus eine Rolle spielt, so stand dafür Professorin Lise Jäkel von der PH Heidelberg nicht im Mittelpunkt der Studienfahrt. Man kann die Natur nur schützen, wenn man sie kennt. Erst dann kann man Wertschätzung entwickeln. Daher ist für uns im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung die originale Begegnung mit den Lebewesen, mit den Biotopen ein ganz wichtiger Bestandteil der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer. Ja, denn wir möchten doch, dass sie die Begeisterung für das Lebendige später an ihre Schülerinnen und Schüler weitergeben, damit es uns gelingt, die Lebensbedingungen auf unserem Planeten so zu gestalten, dass wir noch lange und global so weiterleben können. Natürlich hatten die Studierenden auch ihren Spaß bei den verschiedenen Exkursionen, beispielsweise die Schlauchbootfahrten zum Whale-Watching. Aber allein deshalb wurden die Azoren nicht zum Ziel der Studienfahrt gewählt. Einige dieser Azoren-Inseln sind durch Vulkanismus erst wenige Millionen Jahre alt. Zugleich ist mit dem Berg Pico auf der gleichnamigen Insel der höchste Berg Portugals mit im Exkursionsgebiet. Wir haben also die Chance, 2000 Meter über und 2000 Meter unter dem Meer spannende Organismen zu finden. Es kommen so besondere Pflanzen vor wie der Königsfahn an den Kalderas der Vulkane. Es kommen so tolle Organismen vor wie der Zackenbarsch, den man beim Tauchen sieht. Man war auch nicht nur unter oder auf dem Wasser unterwegs. Mit einem erfahrenen Guide ging es quer über die Hauptinsel Fayal zum Riesenkrater Caldera. Man drängte sich vor einem Loch, um die Küken des einzigartigen Gelbschnabelsturmtauchers zu bewundern. Im Fischmuseum erfuhr man viel über den einzigartigen Reichtum des Meeres vor den Küsten der neuen magischen Inseln des Archipels. Schließlich bestaunte man die erste in den 50er Jahren durch einen unterseeischen Vulkanausbruch entstandene Landzunge Ponta dos Capellinius. Man kann sich mit der Zerbrechlichkeit der Erdkruste beschäftigen. Denn wenn man sieht, dass 60 Jahre nach dem letzten Vulkanausbruch auf Fayal diese Aschehaufen noch völlig unbewachsen sind. Wenn man sieht, wie die Häuser zum Teil durch Vulkanismus zerstört, aber wieder aufgebaut wurden, übrigens sehr stark mit EU-Fördermitteln, dann sieht man, wie empfindlich unsere Erdkruste ist, wie dünn sie ist und wie sinnvoll es ist, sich für den Schutz ihrer Flora und Fauna aktiv einzusetzen. Dabei ging es vor allem um Bildung für nachhaltige Entwicklung, die auf dieser Studienfahrt geübt werden sollte. Ein Thema, das von den Studierenden mit großer Empathie aufgegriffen und umgesetzt wurde. Wir haben geschaut, wie wir es schaffen, möglichst nachhaltig mit dem Meer, mit den Lebewesen im Meer umzugehen. Da haben wir verschiedene Ansätze, also einerseits haben wir das Verhalten der Tiere kennengelernt, um zu schauen, zum Beispiel beim Pottfall, man muss, wenn wir jetzt Raywatching machen, einen gewissen Abstand halten. Und auch andere Sachen, wie zum Beispiel, wir haben den einen Strand von Plastik gesäubert, also Müll gesammelt, so Kleinigkeiten, die nur kleine Schritte sind, aber trotzdem im Gesamten helfen können, einen nachhaltigeren Umgang mit den Meeren zu fördern. Wie wichtig es einfach auch ist, dass man darauf achtet, ja, halt nichts wegzuschmeißen und mit den Meeren, was das für einen Einfluss auch auf die Tiere hat. Zum Beispiel haben wir gelernt bei einem Gelbschnabelsturmtaucher, dass bevor der überhaupt jemals das Meer irgendwie berührt hat, hat er schon drei Plastikteile im Körper. Und das fand ich schon ziemlich beängstigend auch. Mit der Problematik der Verschmutzung der Weltmeere durch das große Plastikaufkommen waren die Studierenden also durchaus vertraut. Am meisten mitgenommen habe ich auf jeden Fall, dass wir als Lehrer später auch das an unsere Schüler weitergeben sollten, dass das für uns alle wichtig ist, nicht nur für die Leute vor Ort. Durch diese Exkursion hatten wir tatsächlich so einen praktischen Berührungspunkt und wir haben sehr viel Bewusstsein geschaffen, vor allem ich hatte das Gefühl, wie repräsentativ diese Probleme und wie aktuell diese Problematik tatsächlich ist. Und dadurch kann ich auf jeden Fall für mich mitnehmen, dass die Meere wirklich absolut schützenswert sind. Und wer es einmal erlebt hat, wie Delfine das Schlauchboot begleiten, der versteht, dass die angehenden Lehrer den künftigen Generationen den nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen unseres Planeten vermitteln sollen und wollen. In den Supermarkt zu gehen und mal eben Spargel aus NRW, Bananen aus Ecuador oder Reis aus Myanmar in den Einkaufswagen zu legen, geht einfach. Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Doch die Plantagen für solche landwirtschaftlichen Erzeugnisse benötigen viel Platz, der bei steigender Weltbevölkerung bald nicht mehr zur Verfügung steht. Ist die Landwirtschaft überhaupt noch zukunftsfähig? Ein Beitrag vom GLF Campus TV aus Furtwang zeigt einen neuen Trend, der in die Höhe schießt. Die Menschheit wächst unaufhörlich und der Platz wird immer weniger. Und das Essen? Nun ja, all diese Menschen müssen doch auch irgendwie ernährt werden. Wenn wir einmal zurück auf das Wachstum unserer Population schauen, sehen wir im Jahre 1800 eine Milliarde Menschen. 1970 3,7 und 2018 7,5 Milliarden Menschen auf unserem Planeten. Tendenz steigend. Bis zum Jahre 2050 erwarten die Vereinten Nationen 9,7 Milliarden Menschen. Durch die zunehmende Bevölkerung stehen wir vor einem Problem. Eine Knappheit der Lebensmittel droht. Nahrungsmittel müssen auf einem anderen Weg produziert werden. Und damit kommen wir auch schon zu unserem heutigen Stichwort. Vertical Farming. Die Zukunft oder doch nur eine Jungfer im Grün. Da unsere Supermärkte immer prall gefüllt sind, ist das kaum zu glauben. Unsere Nahrungsmittelproduktion funktioniert zwar, ist aber nicht zukunftsfähig. Eine mögliche Lösung ist der wachsende Trend Vertical Farming. Nun wissen Sie, Vertical Farming hat die Möglichkeit fast überall installiert zu werden. Und in jeder Art und Größe mit jeder Art von Nutzpflanze betrieben zu werden. Vertical Farming ist die Produktion pflanzlicher Erzeugnisse in mehrstöckigen Gebäuden. Damit werden die Einschränkungen durch Wetterbedingungen aufgehoben, die Herausforderungen des Transports bewältigt und die Erträge deutlich erhöht. Die Anlage nutzt umfangreiche vertikale Regale, um den Raum im Vergleich zu einem konventionellen Anbau zu optimieren, sodass sie auf einem wesentlich kleineren Gelände und viel näher am etablierten Stadtgebiet platziert werden kann. Ein Konzept, bei dem die ausgedehnten Ackerbaubetriebe der Vergangenheit angehören. All das geschieht in viel kleineren, fabrikähnlichen Standorten. Ausgeklügelte Klimasteuerungssysteme halbieren den Anbauzyklus, sodass Pflanzen das ganze Jahr über angebaut werden können. Mit dem Vorteil, dass die Auswirkungen auf die Umwelt viel geringer sind. Indoor-Farmen sind sehr sparsam, was den Wasserverbrauch angeht. Das Wasser, das nicht von den Pflanzen aufgenommen wird, kann gesammelt und erneut genutzt werden. Gerade in Ländern, die wenig Wasser zur Verfügung haben, kann dies ein Vorteil sein. Zudem benutzen sie keine Pestizide oder Herbizide. Weil Indoor-Farmen geschlossene Systeme sind, kommen Schädlinge gar nicht erst hinein. Das heißt, man muss auch die Nutzpflanzen nicht spritzen. Statt in Erde werden die Pflanzen in wiederverwendbarem Stoff angebaut und mit speziellen LEDs beleuchtet. Von der Beleuchtung und der Umgebungstemperatur bis hin zu den Bodenbedingungen und Nährstoffen wird alles beachtet. Auch wenn viele der 225 Farmen weltweit schon wirtschaften, bleibt noch viel Entwicklungspotenzial. Die Hightech-Farmen sind im Vergleich zum gewöhnlichen Anbau auf dem Feld noch nicht perfekt ausgereift. Gerade der hohe Energieverbrauch durch modernste Technik steht in Kritik. Fazit ist aber, das ganze Projekt hat Potenzial, unsere Welt zu verbessern. Nicht nur für die Nahrungsmittelproduktion, sondern auch im Hinblick auf unsere Erde und die Klimakrise. Ich hoffe, ihr habt etwas über die Vielfalt unserer schönen Erde gelernt, von der wir aktuell nur eine haben. Alle Beiträge gibt es natürlich in der Mediathek. Aktuelles wie immer auf Facebook. Hallo mal wieder. Ich bin es, Karl Eberhard, Tübingens tierischster Journalist. Wie kann man sich schöner vor seiner Hausarbeit drücken als auf einem Filmfestival? Naturvision in Ludwigsburg. Das heißt vier Tage Naturfilme. Filme über beeindruckende Tier- und Pflanzenwelten. Filme, die die Zerstörung der Natur aufzeigen. Denn Naturvision möchte aufmerksam machen. Auf gefährdete Gebiete und bedrohte Arten. So wie der Feldhamster, der auch das Naturvision-Logo ziert. Ein paar Meter weiter auf dem Arsenalplatz. Mehr zu Themen wie Fair Trade, grüner Strom, Nachhaltigkeit. Und sogar ein ökologisches Klo. Hey, besetzt! Ich merke, Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein sind gar nicht so einfach. Mein persönliches Highlight, das Open-Air-Kino. Und das auch noch kostenlos. Das lasse ich mir als Schwabe natürlich nicht entgehen. Einen Film über Enten habe ich leider nicht entdeckt. Vielleicht nächstes Jahr. Dann ist bestimmt auch meine Hausarbeit fertig. Bis dahin, euer Karl Eberhard. Dann bleibt nur noch eins zu sagen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Muh, tschüss. Wirl Shock, dein Sch causes, die Statenadieckers, kauf zu sagen. Schraubbar mit dem Nachdenken. Schön, deine Nachdenken. Schraubbar mit dem Nachdenken. Die Nachdenken. Ich schreibe. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020